Stefan Ambrosius kann schon wieder lachen. Dabei ist seine Knieoperation im UKE in Eppendorf erst wenige Tage her. Der HSV-Profi, den das Abendblatt in seiner ersten Saison als Lizenzspieler begleitet, hat sich vor drei Wochen im Spiel der U21 gegen die zweite von Holstein Kiel das Kreuzband gerissen. Aus dem Spiel mit der Rücknummer 3, Stefan Kowi Ambrosius. Einen Tag vor seinem 20. Geburtstag wurde Ambrosius von Dr. Frosch im UKE operiert. Nun beginnt für den Verteidiger eine lange und harte Reha-Phase. Ambrosius wollte im Winter eigentlich den Verein wechseln. Nun wird er vorerst jeden Tag im Athletikum des UKE verbringen. Das Ziel, zur neuen Saison, will Ambrosius wieder für den HSV auflaufen. Die Tür zum richtigen Profi hat sich für Ambrosius nun erst einmal geschlossen. Das Abendblatt wird ihn in seiner Reha weiter begleiten.